Bei der Alba haben wir bestimmt schon viele schlimme Grausamkeiten erlebt. Wir haben viele Tiere aus Müllcontainern gerettet, aber dies hier setzt allen die Krone auf. Ein Katzenbaby mit einer schlimmen Behinderung wurde in einem Glaskontainer entsorgt. Es ist klar, dass es nicht alleine hineinklettern konnte, denn die Wände des Containers sind viel zu glatt. Nun lag es also zwischen den Scherben und ließ große Gefahr. Es konnte sich schneiden und wäre schnell durch die neuen Flaschen, die hineingeboren wurden, komplett verschüttet worden. Nun konnten wir schrecken und wir hoffen, dass wir ihm noch helfen können und suchen hier in Madrid eine fürsorgliche Pflegestelle. Untertitelung des ZDF für funk, 2017